Willkommen auf der Sadox zu dem Unboxing vom zweiten Volume, Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai, was mir freundlicherweise von Peppermint Anime zur Verfügung gestellt wurde. Und es geht in der Serie um ein Bunny Girl, aber nicht wie man erwarten kann, um einen Edgy Titel, sondern es ist ja so Mystery Comedy, würde ich jetzt reinpacken. Macht auf alle Fälle Spaß, deswegen schön, dass jetzt das zweite Volume auch draußen ist. Und ja, hier sieht man die Schwester vom Hauptcharakter. Den Namen dürft ihr mich jetzt nicht fragen. Hier sind die Episoden 7 bis 13 drauf. Da steht jetzt Rom-Kom-Titel. Sind recht lange Titel. Ach ja, heißt sie Kaete, heißt die Schwester. Mit den Sprachen Deutsch und Japanisch und deutschen Untertiteln einer Laufzeit von 175 Minuten. Und das Ganze ist im Format 16 zu 9 Full HD und der Ton ist in 2.0. Gucken wir mal rein. So sieht dann das Innere aus. Ein schönes Meer. Und dann haben wir hier die zweite Disc. Und ja, das war's. Mehr gibt es dazu leider nicht zu zeigen. Ähm, ja. Damit ist die Serie jetzt auch schon abgeschlossen. Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Ende ist. Oder ob nochmal was danach kommt, das werden wir dann in Zukunft sehen. Also ich muss erst mal gucken, ob es offen endet oder ob es abgeschlossen ist. Ja, dann vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.